oh falsche taste so na dann so zurück von unserem geilen raubüberfall und gleich als nächstes erwartet uns anscheinend ein neuer auftrag hier drin man hat ja sonst nichts zu tun wer ist in deiner tür bist du es eumel oh nee es gibt es dich fuck do you want you got my money punk hey you got some coconut water or something like that i need some electrolytes damn it's kind of warm in it man you got a death wish or something am i supposed to kill you now oh no bro not me nah oh yeah but that's my boy yeah but that's my boy he has betrayed everyone he's ever known he's got you involved with the federal government and he's messed up several business ventures of mine he has got to go and you know what i'd like to say that this isn't personal but it is personal but the feds man the feds have told me to kill trevor and i obviously can't kill them both the feds steve haynes dave norton i own shopping malls i would not employ those two clowns and and i make one phone call their careers they are over so you're gonna a listen to some fifty grand a year pension hunter or b a billionaire who even the president lets finger his wife or c try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass a b or c times halt die fresse man fuck you tja fick dich man total genius but time is running you think about it me i got a triathlon coming up and i am in deep training buh boy buh boy ficker warum wollen alle leute dass ich meine freunde umbringe trevor erledigen mike erledigen ich weiß was ich nehme ich weiß was ich nehme todeswunsch fuck natürlich bin ich sicher ich bring doch meine freunde nicht um franklin lester doll man we need to talk i got a problem i need your help with man actually fuck it man we all got a problem you can help us with calm down all right come to my house all right all right i'm coming warum soll ich immer leute umbringen das ist doch wo ist mein auto das steht jetzt da vorne feines auto komm her na dann werde ich mal läster aufsuchen da bin ich mal gespannt was das wird ich könnte ja eigentlich hier den steve haynes und den den jogger mc arsch fresse einfach umbringen einfach alle abknallen dann ist das problem doch schon von alleine gelöst oder sehe ich das jetzt falsch nein ich finde ich sehe es richtig aber alle anderen sehen es falsch also die entscheidung fand ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht schwer von wegen michael umbringen trevor umbringen oder alle anderen umbringen fand ich jetzt wirklich nicht schwer ich bin doch nicht michael und trevor um das sind doch meine homies meine kollegen auch wenn die beide jeder für sich ziemlich an einer waffel haben aber das ist ja kein grund sie umzubringen die sind kranke mörder auch kein grund sie umzubringen bankräuber nein auch kein grund sie umzubringen ich sehe einfach keinen grund sind einfach ja wertvolle mit dir der gesellschaft die können wir nicht einfach so aus dem leben reißen wo kämen wir denn da hin man lasst es auch am anderen ende der stadt kann ich einfach direkt nebenan wohnen der kann sich doch auch so eine villa jetzt in den bergen leisten der soll mal in die nachbarschaft ziehen hey meine motorhaube die brauchte ich noch immer wichtig denn die fliegen draußen gehalten so der gute alte läster äh war das sein haus oder was ja war schon richtig hier stimmt mit den ganzen schildern und dem den hunde geräuschen vom band der ist da bro what the fuck do you think man imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst boy my mind is just racing but you know i don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say no no it's just that somebody got the same tattoo i got so why don't you just go ahead and tell me some motherfucker wants me to kill michael some other motherfucker wants me to kill trevor i feel i can't kill both of them man i'm fucked man i don't know what the fuck to do right now damn well i can see that who are the motherfuckers steve haynes this angry motherfucker from the f.i.b um devin weston man you know the um oh that angry rich fucker from whatever holy hibernates in exactly all right all right i say kill michael then kill trevor man are you for real you're fucked you know i i don't know you know everything dog i know okay but i i'm sorry i guess this is it you know i'm doing my best man i don't know how you can deal with both of them i know me shit we're fucked every single one of us is fucked unless unless the bullion that we just lifted if i tell them both that you boys are at the foundry and where you had heights melting it down then maybe maybe both of them will pay you a visit and bam we turn it into a bust i ain't got no better ideas all right i'm gonna get in touch with michael and trevor you go to the foundry get yourself set up auf zur gießerei geht los wir gießen den scheiß yo what's up homie man things are kind of fucked up right now dog it's all good nigga who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me man that's what the fuck i wanted to hear hey look i'm coming to your crib to get your ass i'm here der gute lama weißt du so viel stress der immer macht der ist große maul und so der ist da wenn du ihn brauchst na das wird dann wohl eine große schießerei wenn ich das mal so richtig einschätzen darf erstmal den homie abholen alter fahr' mir doch nicht das auto kaputt junge und dann hübt er noch immer muten immer muten immer muten immer muten alter wie sieht das auto denn aus von vorne so gießerei Hey, hey look hear me out man if it's too heavy for you you can back out no drama hit me with man we got a real problem dog my boys man well we're trying to save you actually doing something for your homies for a change hell yeah I'm in who wanna clap your homies who don't nigga these Chinese dude some FIV cast the rich white asshole who scammed us on them cars Devin Weston that punk bitch why didn't you say we was creeping on him we ain't creeping on him nigga least I don't think he gonna be there we gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass but you is coming back right oh hell yeah we creeping on that fool oh so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' ass huh man I'm just trying to make something out of myself dog that don't change who my homies are nigga it don't change my family fan now nigga might have to stop me from suck your dick oh please nigga fuck off what the hell got somebody who want them clap look man Mike won't travel they should be inside can you stay out here let us know when the bad dudes is coming I got it man aha man man Okay the good old lama fill the messer Oh, guck mal, hier wird ja noch gegossen. Uh, nettes Örtchen. Oh, da hinten sehe ich schon jemanden. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Hey, die hier? I know them when I see them, homie. They creepin'. All right, good. Y'all hear that? Now, we're doing this shit, man. It's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Where do you want me? All right, man. You go over there. Where do you want me? You hold your position right there. Okay? I'm gonna go over there. Alles klar. Dann lassen wir nochmal die Kugeln fliegen. Wer kommt denn so alles zu Besuch? Ah, da kommen sie ja. Ich überfalle das FAB-Team, soweit ich bereit bin. Und zwar jetzt. Guck mal, wie bereit ich bin. Seht ihr es? We don't leave until we're all dead. Hey, here's Meriweather. They're coming in on the upper catwalk on the far side from me. What? Meriweather? You shouldn't see Combust. I never shot him. Oh, Jesus. We're receiving fire. I think I got an angle on the upper rock way. Okay, they're mine. Take care of them out. Is he behind me? Don't you guys? Where are you? Ah, where are you? Ah, I'm closing him out. Oh, shit. Komm schon, komm schon. Ja, schaltet euch wirklich gegenseitig aus. Das ist eine sehr gute Idee. Oh. Da gehen die Flammen ab, yo. So, hier unten ist noch einer. Der will hier oben kommen, oder was? Hey, I think they see me, my nigga. They don't want to blow me. We got this. Go help your friend. Alright, alright. I'm coming, Tom. Nächste zu Franklin. I'm coming, as soon as I get a chance. Äh, wir hüten zu Lamar. Wo ist Lamar? Wie komm ich hier raus? Jetzt aber schnell. Lamar, ich komme. Ich komme ja schon. Ich weine mich. Halt aus, halt aus, halt aus. Ich komme ja schon. Halt aus, halt aus, halt aus. Uh, jetzt aber schnell. Oh, shit. Alter, wie viel Kommenender. Der geht die Lebensenergie aus, wollte ich gerade sagen. Franklin ist Brot. Ja, Franklin, leg dich erstmal hin und isst ein bisschen Brot. Warum auch nicht? Shit. Na. Also, ich will den ganzen Weg nochmal rennen. Das ist ja wundervoll. Shit, Lamar. Muss ich die nochmal retten? Wie oft denn noch? Ich komm ja, ich komm ja. Kann halt auch nicht fliegen. Noch nicht. Oh, was ist das denn da? Au. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich weiß. Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Hey, he's the food picking on you. Okay. It wouldn't be right if I didn't have to save your ass just one. Save me? Nigga, I just want some fun. Uh, ich hab die alle angezündet. Wie krass war das denn? Die Antwort ist sehr krass. Verdammt Trevor, ist alles in Ordnung? Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Wenn ich da runtergehe, dann geht es nämlich so ein bisschen in den Narnkampf. Und da ist ein Scharfstützengewehr unpraktisch. Unpraktisch? Can you stop being an asshole, please? Hey, keep on coming out here. Die keep on coming out here. Trevor, verdammt nochmal. Was machst du da? Holst du dir einen runter? There you are. Man, you had me worried. I was a little winded, alright? I took the T.E.O. It's nice to see you so worked up. Yeah, but don't do it again. Go, look out, four agents! There's some serious shit going on down here where I'm at. Some serious shit, you say? I like serious shit. Serious shit is my second name. Da oben ist doch noch einer. Okay. Ich gehe hinaus. Ich folge einfach mal Trevor. Keine Ahnung, wo der gerade hinläuft. Der scheint den Weg zu kennen, also laufe ich einfach mal hinterher. Warte auf mich, Trevor. Ich kenne doch den Weg nicht. Ich bin ganz einsam und allein. Ich muss weinen, wenn ich mich verlaufe. Ach da, die Treppe hoch. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, du bist in der Scheiße, Mann. Uh, was ist denn da los? Puff! Guck mal, wie es da unten brennt. Ist das nicht schön? Kommt der Hubsstrauber? Oh, ich glaube, ich habe den Piloten getroffen. Der ist weg. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Wer hat mich da erwischt? Fuck. Äh. 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 Wo bin ich denn jetzt gelandet? This is a shit show. Ich bin noch hier. Was willst du denn noch? I'm getting masked here. Hubschrauber? Uh, das tat weh. Ihr wollt Stress haben, Leute? Ihr könnt Stress kriegen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe genug Stress für euch alle. Geht ihr, wie viel Stress ich habe? Ohne Ende Stress für meine Kollegen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg zu dir. Alles ist gut. Hehehe. Einmal nachladen. Das wird wirklich ein bisschen heavy, ja? Ich bin ja schon auf dem Weg zu dir.